Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gable. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir auch das Spiel Stormshot. Viel Spaß. Das Spiel Stormshot hat gestartet, aber das ist doch normal ein anderes Spiel. Ah, ok. Das ist doch ein ganz anderes Spiel. Das ist doch... Wie ist das? Mystic Island? Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ah, da haben sie wieder ein Spiel kopiert und nur was hinzugefügt. Wie ist das? Kontinent? Mystic Kontinent? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Okay. Das ist doch schön. Ja. da unten rechts ist die Meerjungfrau ok das ist bei mir geschossen wir wollen jetzt ja es ist das wir machen renoviert ich möchte jetzt das ist Tom Schatzspiel 200 Gold Yes Yes On my way, on my way I only have one Okay Can we play? Ah It's easy Ah Ich dachte ich schieße mich selber jetzt Yeah Ich schieße gerne auf den Hintern Ah Kapitel 1 abschließen Ah Und abgeschlossen Ah Ja Okay Kapitel 1 bandit Dann können wir weiter mit Sturmschatz spielen Jetzt geht's zum See rüber Oh Oh Ich will das weiterspielen Ist da vorne hin Okay Oh Und das aber Dann halt so ne Beine weggeschossen Bam Schießen Schießen Ah Okay Schießen Ah Okay Das habe ich schon mal gehabt Kapitel 2 Kapitel 2 Das müssen wir Kapitel 2 schnell abschließen Ach Ach ja Ich glaube Kapitel 2 darf ich das auch nicht schaffen Obwohl doch Kapitel 2 machen wir noch Ähm Ich brauche Holzi 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 Stein Bam Bam Okay Fertig Erforschen Erforschen Okay Da kriegen wir Arbeiter Da ist ein kleiner Kampf Angriff Auswählen Angriff Zack 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 Kommen da noch welche? Ne Gut Gut Ja Leute Zehn Leute Ich brauche Zehn Krieger Ausbilden Na warte mal Das war ja jetzt so umsonst ne Die Verbesserung Die Verbesserung Mal mal Okay Soweit es geht Zehn Stück brauche ich noch Oh das ist spannend Das ist spannend Das ist spannend Das ist spannend Bum 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 Und dann geht es weiter Und dann geht es weiter Überspringen Nur ein extra name Weil hier Weil hier das Scharfschützen Ding dazu gekommen ist Ah Na ja Oh 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 Das ist das Ah Fenzünder Okay Okay Das war ja leicht Oh 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 Okay Das werde ich jetzt nicht mehr weiterspielen Erstmal nicht Vielleicht kriege ich das Spiel ja morgen wieder Dann können wir weiterspielen Aber ansonsten Ich sowas immer bisschen 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 Schade Keine Ahnung Ah Ich brauche fünf Holz Eins Zwei 3 4 5 Holz Zwei Okay Drei Drei Vier Fünf Voi Zwei 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 da ist noch was angekommen krankenhaus so und dann kommt hier die mehrjungfrau da ist sie und mit der mehrjungfrau werden wir dann das spiel auch beenden erst mal läutern ok zack 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 so Okay, erstes Kapitel abschließen. Ein Held muss auf Level 5 sein, dieser Held, okay, eins, Level 5, so, ah, jetzt haben wir Kapitel 3 abgeschlossen, ja. Dann können wir auch gleich nochmal das Sturmshot zu Ende spielen, da ist die Meerjungfrau, zack. Schauen wir uns das Video an. Ja, da ist sie, jetzt muss ich bestimmt eine Runde spielen mit ihr. Kapitel 4, überspringen. Ne, ne, spielen, gut, dann geht es gleich zum Scharfschützen über. Ja, geht ja, ko sagt man sie mir schnell. Du, 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 du. Boom, 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 boom Ah, so. Okay. Gibt er noch weiter? Oh! Hm. Bam, bam, bam! Okay, das war's jetzt... Dann sag ich mal, ich hör mein Ticket ab und danke für das Zuschauen, ich würde mich freuen wenn ihr同 bereits seid. Bist hab ich euch viel Spaß und doch wiedersehen. Tschüüüüu universe Untertitelung des ZDF, 2020